Servusle, grüßt euch! Willkommen zurück bei Minecraft mit dem Voucher und mit dem Alderle. Wir sind am Loft, wir schlafen gleich, die Nacht ist angebrochen. Ich dachte, wir nutzen schon mal den Tag und schauen nochmal rüber, ob sich schon was getan hat, ob man von oben aus der Vogelperspektive schon mal so ein ganz kleines bisschen was erkennen kann. Ich habe jede Menge Erde abgetragen, habe da drüben auch noch so den ein oder anderen Block schon mal gesetzt. Natürlich nur Erde, ich nenne das immer Anzeichnen, jetzt pennen wir aber erstmal. Dann futtern wir, dass der Alderle richtig gestärkt ist für die Folge. Dann schauen wir mal von oben runter, von oben runter, ein ganz kleines bisschen habe ich sogar aufgeräumt. Allerdings, wenn man da oben bzw. drüben am Garten, wenn man da so rumbuddelt wie ein Wilder, da fällt so viel Zeugs raus, vom Harz bis zu den Tannenzapfen, da bist du automatisch irgendwann überfüllt. So Leute, jetzt schauen wir mal, ich habe tatsächlich vor heute dieses Übst-Türmchen, das im Achteck nachher gesetzt werden soll. Da würde ich gerne so die ersten Zimmermannsblöcke schon mal ansetzen drüben. Wir werden halt jetzt viel Material brauchen, deswegen würde ich auch gegen Ende der Folge, oder sagen wir mal zumindest, wenn wir über die Hälfte sind, rüber gehen ans Schneegebiet in unsere Sandmine und dann holen wir uns mal Sand. Ach, von hier sieht man das aber jetzt überhaupt nicht, das ist ja cool. Natürlich wird später das Achteck dann ziemlich hochgezogen. Wir müssen auch mal mit den Strukturen gucken, weil die Hinweise kamen, dass man da nachher vielleicht nicht das Gefühl hat, dass da so ein Freiluftding aufgebaut ist. Ich glaube, dass da Seitenstreifen mitkommen bei den randlosen Gläsern. Das haben wir unten bei den Vitrinen im Dingsau gehabt, hier in der U-Bahn. Das schauen wir uns einfach an, wenn nicht, dann battlen wir die um, weißt du. Wir können die ja durchschüsseln. So Leute, also das, was mir jetzt persönlich gut gefällt, was man aber von hier wahrscheinlich nur ganz vage erkennen kann, die kleineren Büsche gefallen mir schon besser. Die gefallen mir schon besser. Das andere ist zwar cool, man kann durchgucken und doch nicht, aber die kleinen Büsche sind süß. Vielleicht machen wir auch eine Mischung, dass wir breitere Büsche hier hin machen. Ich habe sowieso ganz viele Ideen noch. Wir müssen jetzt mal schauen, Leute, jetzt gehen wir mal rüber. Halt, wir haben doch unsere Abkürzung. Der Alterle ist doch ein Springer. Der Alterle ist doch ein Springer vom Springer Verlag. Oh, das war auch wieder knapp. Ich brauche das jetzt momentan. Ey, wisst ihr eigentlich, dass wir auf Weihnachten zugehen? Ja, ihr wisst es schon, oder? Wir haben jetzt am Wochenende den ersten Advent. Da kann man doch schon mal ein bisschen in Stimmung verfallen, oder? Ich muss mal gucken, ob ich so ein paar alte Midis finde, weißt du? Jingle Bells Midis. Da kann ich uns dann an den Adventstagen jetzt reinklatschen hier. Natürlich will ich es nicht übertreiben, weil zu der Zeit kommt ja überall Musik. Jetzt pass mal auf, wir gehen erstmal hier hoch und schauen von dort noch mal kurz auf unser kleines Miniaturgewächshaus. Ich will nämlich mal schauen. Wir haben verschiedene Optionen, wenn das nachher so hinhaut. Ja, die Hecken sind schon süß, ne? Die sind schon süß, finde ich. Vielleicht können wir aber außen so eine grobe Blickdichte Richtung machen hier. Das müssen wir mal gucken. Ich habe auch schon überlegt, ob wir einen Rahmen drum ziehen, dass wir den Bambus auf eine grüne... Wir haben aber auch verschiedene Bambus. Ey, pass mal auf, vielleicht sollte man das einfach mal ganz kurz machen. Die habe ich doch da unten dringend gesehen. Momentan habe ich hier die STRG-Taste für den Benutzen. Ich bin nur noch am Rennen und Fressen hier. Entschuldigung, der kriegt so schnell Hunger, wenn er rennt. Guck mal, jetzt hört er wieder nicht auf. Halt, Digalle, du warst schon oben richtig. Du warst schon oben richtig. Hier in deinem Schränkchen. Pass mal auf, ich glaube, wir hatten hier nämlich verschiedene... Da ist doch noch mal was. Guck mal, Mosobambus. Und wir hatten, glaube ich, den Goldbambus auch. Aber ich weiß nicht, wo ich den Akazien... Weiß ich, ich habe hier mal durchgeschaut. Guck mal, Tropenbaumsetzling. So etwas möchte ich dann im Gewächshaus später mal probieren, wie die aussehen. Hier haben wir auch ganz viele Blumen. Und wir werden eine botanische Reise machen, sobald das Grundgerüst von unserem ganzen Dings da drüben steht. Dann machen wir eine kleine Botanikreise neben Blumen. Da kann ich endlich mal Blumen pflücken. Jetzt sieht hier keiner zufällig den anderen Bambus, oder? Diesen Goldbambus, Leute, den hatten wir nämlich auch mal. Hier, den will ich aussetzen. Extrabioms, XL, Zypressensetzling. Ich traue halt nicht, was da rauskommt. Championsspore, Stengelgarten. Das ist das alles nicht. Dann habe ich den wieder woanders gesehen. Aber jetzt setzen wir mal diesen Bambus. Einfach mal gucken, wie hoch wird er. Wie sieht das aus? Kann man den tauschen? Haben wir ja keine Verluste, weißt du? Abgebaut ist nämlich gleich den. Pass mal auf, ich würde fast sagen, wir machen da oben die linke Ecke frei. La la la. Einfach rumgruschteln. Auf Weihnachten zugehen. Ganz klarer Fall. Hey, jetzt ist schon der erste Advent. Dann fällt aber wohl der vierte Advent auf den heiligen Abend, ne? Wann ich das richtig verstanden habe. Jetzt pass auf. Oh, der könnte uns eventuell einen Riesenspaß erlauben hier. Wir setzen den gleich mal in zwei Reihen. Au, alterle. Wenn der nicht ganz so hoch wird, könnte er natürlich schon allein, weil dieses Grün so ein bisschen... Und der zieht sich auch recht schnell hoch. Kann man nichts sagen, oder? Oh, guck mal, guck mal. Ich glaube, der wird es... Jetzt kommt es darauf an, wie hoch der gute Dinger wird. Ich mache mal hier noch zwei Bahnen frei. Ich würde sagen, der kann sowieso weg. Und der und der soll noch mal... Nehmen wir mal hier drei Stück Bub und Büble. Verstehst du? Dann haben wir nämlich hier alle Optionen schon mal ausgelotet. Oh, wenn der nicht zu arg hoch wird, Leute. Der könnte sein, weil da kannst du auch wunderschön durchgucken. Und das Grün ist viel schöner. Dass wir mal ein bisschen wegkommen von dem Fichtengrot. Oh, der ist schön. Da bin ich mal gespannt. Jetzt pass auf. Hier mein leerer Podestle, ne? Liebe Leute, lasst euch sagen, bald ist Weihnachten im Schwadenmage. So, alles klar. Jetzt pass auf. Wir battleen hier wieder um. Müssen wir, müssen wir. Weil wir haben jetzt verschiedene Optionen. Wenn das jetzt hier so aufgebaut wird, ja? Ist jetzt mal egal, wo was nachher hinführt, haben wir natürlich die Möglichkeit... Also die Zimmermannsblöcke hier ist innen drin, ja? Man lässt sich jetzt auf dem kleinen Symbol nicht so richtig zeigen. Wir haben auf jeden Fall diese Ausläufer, die ich ja tatsächlich bebauen will. Jetzt kommt es natürlich darauf an, ob das nicht zu schmal ist. Jetzt haben wir die Option. Ich mache jetzt mal hier noch ein paar Blöcke hin, dass man es mal sieht. Wir haben natürlich die Option, nur innerhalb dieses Gangs zu pflanzen. Oder wir erweitern das Ding einfach. Jetzt ist nur die Frage, geht das dann noch? Das wird nämlich nicht mehr hinhauen. Denn, doch, das würde schon hinhauen. Das würde schon hinhauen, indem ich diesen Block hier weg mache. Und hier, sagen wir mal, einen Fetten reinsetze. Weißt du, dass wir das ganze Ding ein bisschen bauchiger gestalten. Das können wir ja individuell entscheiden. Dann wird es ein bisschen mehr Platz. Die Option haben wir zum Beispiel. Wir hätten aber auch die Option, dass wir es komplett... Das wird ja nachher länger. Aber so hätten wir schon mal mehr Platz, verstehst du? Und der Turm ist ja nachher größer als diese Eingangsbereiche. Das heißt, man sieht das Achtdeck trotzdem wunderschön und hat aber hier mehr Platz. Oder wir gehen ganz anders vor. Habe ich mir überlegt, das will ich jetzt auch probieren. Das saust man schon die ganze Zeit im Kopf rum. Wie viel haben wir denn jetzt hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Genau, drei. Dann ist das die Mitte. Dann machen wir hier mal so. Verstehst du? Wir haben ja die Optionen. Wir haben Möglichkeiten ohne Ende. Das Schöne ist, wenn wir uns jetzt gleich Gedanken drüber machen mit so einem Minimodell hier. Dann können wir es später in Ruhe angehen. Ihr seht schon, ich habe Steinschaufeln. Ich habe das Eisen jetzt nicht mehr investiert in meiner Offscreen-Farmrunde hier. Da dachte ich, nö. Weil ich muss so viel Erde da drüben wegschaufeln. Und da wird noch so viel Erde weg müssen. Jetzt pass auf, dann würde ich fast zu mir sagen, wir können dann zum Beispiel hier noch einen hin machen. Hier, wie gesagt, die Außenbereiche werden flacher werden wie das Gewächshaus Achteck. Nein, was machst du, Alterle? Den will ich da rein. Genau, genau, Alterle. Aber, wieso geht es denn hier jetzt nicht? Hier geht es nicht. Jetzt probiere ich es durch. Verstehst du? Siehst du? Du musst es oben kantig ansetzen. Dann geht es hier so. Aha, aha. So, weil hier haben wir jetzt dann die Option, dass wir tatsächlich, wir können auch zum Beispiel, wir lassen einen schmalen Steg links rauslaufen Richtung See. Wir machen hier so eine bisschen breitere Geschichte in Richtung Schafe. Und hier, das wird praktisch vom Garten aus. Verstehst du? Und hier haben wir ja auch Flächen zwischendrin. Hier drin. Da, wo ich jetzt die Fackel mal hinstelle, da könnten wir ja theoretisch später auch Beete anlegen, weißt du? Außerhalb vom Gewächshaus. Und dann haben wir da wunderschönen Platz. Hier drin können wir dann entsprechend Zypressen pflanzen. Vielleicht die Olivenbäume. So, das müssen wir uns angucken. Aber wir fangen alles in allem jetzt erstmal mit dem Achteck an. Ich habe da auch schon drüben ein bisschen rumgezeichnet. Das schauen wir uns jetzt kurz zusammen noch an. Und dann setzen wir einfach Zimmermannsblöcke. Ich hoffe, ich habe genug. Das sieht mager aus, Alterle. Da hast du nicht viel. Ich will auch das Ding jetzt hier nicht abbauen, weil ich finde das ganz gut. Dann kann man es ein bisschen rumprobieren. Und hier drin ist dann der Üps. Und wer ist da momentan die Paradiesvogelblume? Hat jemand von euch eine Idee bezüglich der Schmetterlinge? Ich habe jetzt schon alles Mögliche recherchiert. Ich fände es natürlich geil, wenn im Gewächshaus später Schmetterlinge wären. Aber ich will keine Mod installieren. Und hier gibt es ja Schmetterlinge auf der Welt. Welche Optionen hat man denn, die zu steuern? Kann ich die einfangen? Kann ich bestimmte Blumen oder Bäume pflanzen? Das welche spawnen? Oder ist es biomabhängig? Hat da jemand einen Plan? Weil ich habe da nichts gefunden drüber. So, hier seht ihr schon. Habe ich schon mal das Achteck angezeichnet, zweimal. Das war mein erster Versuch, der kleine Kringel. Und dann dachte ich, wenn das nachher nach oben ist, das sieht dann aus wie so eine Minisäule. Deswegen habe ich es gleich mal hier einen Schlag breiter gemacht. Wir können mal von oben runter gucken. Aber ich glaube, das müsste hinhauen, platzmäßig. Damit nachher der Übst da drin ist. Ich will es auch nicht zu groß haben, weißt du? Das soll ja nachher alles noch da hinpassen. Aber ich glaube, so ist es gut mit dem Außenkringel, weißt du? Jetzt ist nur die Frage, ob wir... Den könnte man noch weiter reinrutschen. Den sollte man auch noch ein bisschen weiter reinrutschen, dass diese Schrägseiten nicht ganz so wuchtig aussehen. Das könnten wir machen. Oder... Pass mal auf, jetzt müssen wir mal... Das ist halt, bis das mal angezeichnet ist, Leute. Das ist gar nicht so einfach, wie ich es gedacht habe. Zumal ja die Blöcke längs... Ups, einen anderen Radius kriegen. Pass mal auf, das hier will ich ja schon gerne ein bisschen breiter haben. Hier die Geschichte. Dass wir das einfach mal so... Hä? Lass uns das mal einfach hier reinsetzen. Erde habe ich wirklich genug weggemacht. Ist ja auch gleich wieder. Was wir onscreen jetzt schaffen, machen wir offscreen. So. Damit wir einfach das Ganze noch ein bisschen breiter gezogen haben. Würde ich jetzt mal vermuten, dass das hier besser aussieht. Schauen wir uns auch gleich von oben an, bevor ich es jetzt komplett überall mache. Ich will nur mal die vordere Seite anzeichnen. So, weißt du was? Wir haben jetzt momentan nur diesen Steg hier. Hoppla. Haha, bleibt da oben, Alter. Diesen Steg. Haja, das sollte man schon ein bisschen breiter machen. Vielleicht sogar noch ein bisschen breiter. Das muss ich mir jetzt mal angucken gleich. Weil... Es muss halt nachher harmonisch aussehen. Und das soll es auch unbedingt... Wird es schon wieder dunkel. Dunkel. Dann haben wir hier die Breite. Wir können es ja bauchig machen, wenn wir Bock haben. Das kann man später hier schön anpassen. Das ist nicht das Problem. Wichtig ist, dass das Achteck nachher nicht aussieht wie hingeklatscht. Das, denke ich mal, ist das Allerwichtigste. So, jetzt hauen wir uns hier nochmal ganz kurz hoch, bevor es dunkel wird. Ich habe so viel Erde weggemacht schon wieder. Wahnsinn. Wir werden noch einiges wegmachen müssen. So, dass ich fast zum Überlegen bin, ob wir ein Teil von der Landschaft... Hier soll ja die Längsfläche hinkommen vom Gewächshaus. Ob wir die einfach lassen und das Gewächshaus an die Landschaft anpassen. Ja, so ein bisschen breiter ist nicht schlecht. Ein bisschen breiter ist nicht schlecht. Damit der Yps auch da drin sich entfalten kann. Den kleinen See da hinten. Dann ein schöner Laufweg hier hin. Und von hier aus. Da hätte ich auch gerne so kleine Bänkler dann außenrum, wo man rechts dann und links ab kann. So machen wir das. Jetzt gehen wir kurz pennen. Pennen, futtern. Und jetzt schaue ich nochmal ganz kurz, wie viele Zimmermannsblöcke wir noch insgesamt hinkriegen. Wir brauchen, lass mich mal ganz kurz überlegen, hauptsächlich hier die Schrägen. Die Schrägen haben wir genug erstmal. Dann die Geraden. Ja, ein paar Gerade würde ich gerne noch machen. Gehen wir kurz pennen. Dann schauen wir unseren Bambus an, den wir oben gesetzt haben, den neuen. Der Goldbambus ist natürlich eine Geschichte, wenn ich noch wüsste, wo ich den hin habe. Wir gehen nochmal gucken. Ich meine nämlich, dass ich den hier drin gesehen habe. Ich meine... Aber was ich meine, ist immer so eine Sache. Hier Dornen. Anastasia. Weißt du, die ganzen Blumen können wir nämlich dann setzen. Speer, dreiblütig, Chinese. Weißt du was? Der kann aber sein, dass der im Loft war. Hier dann, weißt du, so dunkelgrünes Gras. Kleine Kleeblätter überall angebracht. Ich glaube, der war im Loft, der Bambus, Leute. Da gehen wir nochmal kurz gucken. Da gehen wir auf jeden Fall nochmal einen Blickle riskieren geschwind. So. Ja, das freut mich. Das Projekt macht mir tierisch Spaß gerade. Vor allem verbindet sich schon wieder alles Mögliche mit dem Projektle. Wir werden auf jeden... Oder war hier der Bambus drin? Nee, ne? Aber da kann ich diesen vielleicht reinbasteln. Siehst du, dann ist der schon mal weg. Die Bienen müssen wir natürlich auch dann irgendwie in den Garten integrieren. Die würde ich aber gerne außerhalb setzen. Guck mal hier. Auch schon wieder ein Haufen Erde, ne? Wir haben Glas, aber wir haben fast keine Sticks mehr. Und Holz habe ich jetzt auch nicht wirklich viel gesehen. Ich dachte, ich habe so viel Holz. Aber ich habe schon ganz viel Zimmermannsblöcke verbastelt, ne? Das ist nur die Frage, wo die hin sind. Wo seid ihr hin? Denn es macht jetzt keinen Schallala. Schallalöhümle. So. Alles klar. Dann haben wir hier nochmal ein paar. Dann machen wir hier. Naja, so ein bisschen sollte man noch gucken. Das gibt auch nochmal zwei Stück. So. Flap. Und flupp. Habe ich jetzt die Knöpf gemacht? Das wäre übel. Das wäre übel. Das wollte ich ja dann nicht. Pass mal auf. Wir machen mal nochmal so. Das gibt vier. Das gibt acht. Das wäre doch... Passt das? Jo, das passt. Das passt. Zumindest eine Riege kriegen wir noch raus. Flap. Flap. Muss ich noch ein paar Bäume wegmachen, ne? Jetzt haben wir aber auf jeden Fall mal das Deckel von dem. Von dem haben wir ganz viel. Das müsste reichen. Jetzt will ich ans Loft. Ich will es tatsächlich wissen und spüren. Wir futtern, während wir hochgehen. Irgendwo haben wir diesen Goldbambus gehabt. Ihr erinnert euch bestimmt dran. Ich weiß noch nicht mehr, wo ich den gesehen habe. Vielleicht habe ich den auch vorne eingeräumt in den kleinen Minilager. Lasst uns schauen, Leute. Jo, der Beppo, den holen wir auf jeden Fall vor Weihnachten. Vor dem heiligen Abend habe ich den drüben im Haus, ne? Da, wo der Beppo. Dann endlich mal runterkommt. Der arme Kerl. Der arme Kerl, der sitzt da schon seit Ewigkeiten oben. Und wartet ganz geduldig auf seinen Stall. Dafür darf er bei uns im Haus wohnen jetzt, weißt du? Nehmen wir ihn einfach mit rein. Den kleinen Beppo. Zum Nikolaus vielleicht oder so. Kommt ja auch noch. Kommt ja auch noch. Das 6. Dezember, alter Nikolaustag. Freifahrtschein für Schokolade. Obwohl, das habe ich sowieso immer. So, stopp. Jetzt guck mal kurz in die Kisten. Verzeiht mir die Hin- und Herlauferei. Aber ich brauche das momentan eh. Das harmoniert dann schon ganz gut für mich, dass ich so ein bisschen durch die Welten hier schnalz. Jetzt pass mal auf, pass mal auf. Vielleicht habe ich den hier drin gesehen. Netterblüten. Jute. Feuerbusch. Das sind noch mehr von den Tanzern. Ich habe so ein überall Tanzsapfen. Das habe ich schon mal gesehen. Ich bin so ein Tanzsapfen-Sammler irgendwie geworden. Dolomit. Akazienholzbretter ist ja super. Da können wir auch noch ein bisschen Zimmermannsblöcke machen. Hier ist nichts drin. Bambusmäßig. Hier, da sieht es ganz stark nach Bambus aus. Blattgarten, Wüstengarten, Bärengarten, Stengelgarten. Da ist er schon zu faul gewesen, die Gärten aufzumachen, die er gefunden hat. Hey, hier ist der Bambus auch nicht drin. Wautsch. Prisma-Rampe des Zimmermanns. Ja, super. Das ist genau die, die wir nicht brauchen. Luami dort auch nicht. Schluft sowieso nicht. Hier ist aber jetzt auch kein Holz mehr drin. So in einem Ausmaß von, sage ich mal, zwei Stag oder drei Stag. Entschuldigung. Das kommt ja wieder mit den alten Sprachfehlern. Eine habe ich noch. Eine habe ich noch, Leute. Da drüben ist nämlich noch die kleine Kiste. Wir hopfen mal hier kurz rum. Guck mal, lauter Abkürzungen. Wahnsinn. Wahnsinn. So. Hier vielleicht. Ah, hier sieht es aber doch auch verwerflich gut aus. Lass mich gucken. Ne. Eichensetzlinge. Laterne des Waldes. Weißt du, die sollte man auf jeden Fall setzen. Wildkarotten sind wir jetzt nicht so wichtig. Nö, da ist nichts drin. Sag mal. Irgendwas war denn das gerade? Spinnenauge. Ah, das eine ist ein Spinnenauge und das andere ist irgendwie so ein Waldauge. Hier, ne. Meine erste Treppe nach oben beziehungsweise nach unten. Ganz am Anfang war die. Die lasse ich wahrscheinlich für ewig hier. Das ist mein kleiner Super. Sag mal, wisst ihr zufällig, ob der Baum schon immer hier war? Weißt du? Dieser Riesenschlappen. Der war doch noch nie hier. Oder der da oben. Ich bin nämlich letztens hier lang getanzt und denke, sag mal, wo kommen diese fetten... Guck mal. Die haben wir doch nicht hier hingesetzt. Das war doch... Da hat sich das Biom verschoben irgendwie. So, jetzt gucken wir hier noch rein und dann ist gut. Zack. Überall sind Kisten. Hier ist Holz. Hier sehe ich doch Holz. Hier ist Fichtenholz. Siehst du? Hat sich schon mal gelohnt. Dann haben wir Erde. Ne, so richtig viel Holz ist da nicht dabei. Hier auch so ein Riesenbaum, weißt du? Beppo? Beppo? Siehst du? Da unten wohnt der Beppo. So. Schmupp. Das ist so meins momentan. Und ich merke auch immer durch meine Rennerei hier mit Männle momentan, dass ich immer beim Auftauchen die falsche Tasse drücke und denke, oh Gott, jetzt geht der Wunder. Was ist denn los? Warum geht es nicht mehr? So. Schala. Unser Fun. Dann gucken wir uns halt zumindest jetzt mal hier, äh, Bambus, oh, lecko, der wird ja noch höher. Jo, vor allem, weißt du, der Effekt, den ich eigentlich wollte, der ist weg. Guck mal. Aber weißt du was? Soll ich dir mal was sagen? Ganz ehrlich. So ein, zwei Stängel, so im Garten später. So eine ganz kleine Mini-Insel. Oder im Gewächshaus tatsächlich. Weißt du, beim Yps unten drunter. Ah, den lassen wir mal stehen. Aber der wird, der, das sieht ja scharf aus. Hier, das gefällt mir. Das gefällt mir, wenn er so bleiben würde, aber ich glaube, der wächst Kerzen gerade hoch auf dieselbe Höhe, oder? Auf jeden Fall ist der Effekt weg, den ich vorhin so gut fand. Schade. Dann war es das. Wann war es das mit Effekten? Jetzt pass mal auf. Pass mal auf. Und ich muss vor allem mit der Gruschtel noch los nachher. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Ich muss Sand holen. Wir brauchen jede Menge Glas, ne? Glas-i-ma-si. Jo, jetzt pass auf. Jetzt setzen wir mal, was wir haben. Also. Dementsprechend würde ich sagen, wir setzen als erstes mal die Gerade. Und da würde ich jetzt auch gar nicht mehr lang rum machen wollen. Wir nehmen einfach, wir nehmen einfach das hier weg. Und hier werden wir dann anfangen mit den Geraden. So, pass auf. Irgendwo muss man anfangen. Ihr seht ja zum Beispiel, hier sollte ja der Ausläufer hin, weißt du? Da ist ja jetzt momentan hier noch alles voll mit Erde. Da bin ich noch ganz schwer im Überlegen, wie genau ich das mache. Ob ich es abgrabe tatsächlich oder nicht. Der muss weg. Hier kommt er mit einem Block. Ich weiß es noch nicht sicher, ob ich das Gewächshaus einfach an die Umgebung anpasse. Dann wird es halt teilweise ein bisschen schmäler. Oder ich muss es mal gucken. Ich weiß es nicht. Deswegen, das Achteck muss hin. Und darauf, wenn das gut aussieht, wenn das so aussieht, wie ich es mir vorstelle, dann bin ich auch bereit, hier das alles wegzuholzen. Der Schönheit wegen. Aber das müssen wir erst mal gucken, ob es tatsächlich so wird. Ich weiß, da war eine Kohle. Verzeiht's mir, dass da eine Kohle war. Eine Kohle war. Aber du wolltest das eigentlich. Dann machen wir den wieder hin. Dann müssen wir den schon wieder hin machen. Weißt du? Alterle. Können wir nicht einfach hier individuell entscheiden, wie wir das wollen. Jetzt wäre die Frage, lass das mal so. Setz mal. Vielleicht können wir jetzt hier tatsächlich auch... Was ist denn da los? Geh weg, Alterle. Das ist halt schon ein Haufen Arbeit. Das wird auch nicht jetzt in einem Rutsch durch. Wir werden auf jeden Fall auch mal einen Location-Wechsel dann wieder haben. Aber jetzt machen wir hier mal so weit, was kommen. Mein Ziel wäre, tatsächlich das Grundgerüst zu haben, sodass wir schon mal pflanzen können. Eine Decke können wir dann nachträglich immer noch draufzimmern. Weißt du? Ein Dach. Wir haben ja erst Dach gemacht. Jetzt pass auf. Jetzt kommt der große Momentle. Hier haben wir gesagt, in die Ecke. Jo. Jo. Das funzt schon mal. Jetzt muss ich mal gucken, ob wir da drüben rauskommen. Ey, gucke ich da, weißt du, mache da so meine Hochrechnungen. Ich habe ja gesagt, das ist schon eine Weile her mit dem Jahrgang, als ich das letzte Mal auf der Schule war und so. Und mache da meine Hochrechnungen und meine Ecken stimmen nicht überein. Ja, ja klar. So ein Block ist natürlich diagonal fast ein halbes Mal länger als umgekehrt. Ja, guck mal, guck mal, guck mal. Das wird schon. Das wird jetzt schon. Das wird jetzt schon schön. Schalali und schalala. Dann würde es hier weitergehen, wenn mich nicht alles täuscht, mit einem Geraden. Ich muss noch mal rüber gehen und gucken. Ich muss noch mal gucken. Ich muss noch mal gucken. Also hier läuft es aus. Zack, auf den Geraden drauf. Perfektle. Dann machen wir hier natürlich wieder weg. Dann haben wir schon mal einen Anfang, weißt du? Und die Schafe, die freuen sich doch auch schon. Die sind ja gedanklich schon eingezogen ins Queckshaus, verstehst du? Und die Wildenten. Das gibt auch nochmal Späßle, wenn wir uns die besorgen. Die Schmetterlinge. Wenn da jemand eine Idee hat, das wäre echt super. Aber wie gesagt, wenn es möglich ist, ohne irgendwelche Mods. Pass mal auf, ich zeige es euch mal. Was ich gefunden habe dazu, ist eigentlich nur das da. Schmäh. Nee, nee, nee. Dann war es Butterfly. Dann war es Butterfly, Alter. Hier, ne? Erschaffe Butterfly. Aber ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ob das geht. Was das für ein Item ist. Ich habe null Plan. Vielleicht kennt das jemand. Das wäre super. Weil Schmetterlinge wären das absolute Nonplusultra dann innerhalb des Queckshauses. Ihr wisst, glaube ich, wie ich es meine. Jetzt pass auf. Wir kommen hier mit der Schräge hin. Wir haben jetzt wie viele Blöcke? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Hier ist dann ungefähr die Mitte. Acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Ist jetzt der hier noch? Ja, den muss ich lassen, gell? Den muss ich, glaube ich, so lassen. Und hier haben wir dann gesagt, jetzt wird es ja durch das, wie ich es gerade mache, auch nochmal ein Stück breiter. Das kann es ruhig sein. Sonst sieht es nachher so schlauchig aus. Das ist nicht schön. Alter, wenn ich mir überlege. Wir können ja mal nachher kurz abzählen, wie viele Reihen das werden. Irgendwann mache ich mal so eine kleine Webseite. So eine einseitige. Wie nennt man den One-Pager? Ein One-Pager zu Stats von unserem Let's Play hier. Anzahl der Folgen, Anzahl der Tode. Ein bisschen aus der Statistik was raus. Und dann hier solche Geschichten. Wir haben ein Gewächshaus gebaut in einer Höhe von. So, Leute, jetzt pass auf. Jetzt machen wir den Spaß uns tatsächlich. Wir graben uns mal ganz kurz nach oben. Der ist eigentlich falsch ausgedrückt. Wir graben uns nicht nach oben, sondern wir porten uns hoch. So, das kann weg. Hast du die Schaufeln schon wieder durch? Alter, du machst mir echt Angst. Wir haben einen Materialverschleiß. Wahnsinn. So ungefähr hier. Ich will das mal kurz abzählen. Verstehst du? Das wollen wir auch wissen, was wir hier überhaupt treiben. Dass man mal wirklich weiß, was das hier wird. Hier würde ich sagen, porten wir uns mal hoch. Ein Block ist schon gesetzt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Päusle? 10. 10 Reihen. Das muss ja. Die müssen wir alle. Oh, ich darf es gar nicht durchzählen. 11, 12, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alles klar. 21, 22, 23, 24. Ja, sagen wir mal. 25, 26, 27, 29, 30. Ungefähr. Wow. Und das lohnt sich dann schon. Da vergesse ich sofort, wie viel Aufwand das ist. Ich sehe auch von hier zum Beispiel später dann innerhalb das Wahnsinn. Das wird gut, Leute. Das wird gut. Das wird nur scheiße lang dauern. Es tut mir leid schon wieder. Also gut, etwa 30 Stück hoch. Ich gehe mal davon aus, dass es unten so pro Kringel, naja, so 20, 40, 80, 100, so 150 mal. Alles klar. Also wir müssen auf jeden Fall Material sammeln. Sorry, geht gerade ein bisschen länger hier, weil mein Alterle hat die ganzen Schaufeln schon durchgekauen. Wir machen uns jetzt gleich nochmal ein paar Schaufeln, dann holen wir Gruschen ab, reiten zusammen rüber nach dem Ausschlafen. Oh, lecko mio, das wird viel Arbeit. Da werde ich doch die ein oder andere Offscreen-Runde reinbasteln. Und mal schauen, dass wir hier so ein bisschen Abwechslung hinkriegen. Dann machen wir nächste Woche mal zwei, drei Folgen auf den Feldern. Dann sind wir hier schon wieder ein Stück weiter. Vielleicht haben wir auch bald die Option, außen des Zeugs hinzubasteln. Das sind ja die Ausläufer. Da können wir auch schon mal die ersten besonderen Bäume zum Beispiel reinpflanzen. Wir müssen es ja nur zumachen dann. So, ich würde sagen, folgender Ablauf. Schlafen, essen, nochmal ans Loft, Gruschen holen. Bevor wir Gruschen holen, schauen wir nochmal ganz kurz rüber. Machen wir nochmal die kurze Abschlussrunde für heute. Ich mache dann Offscreen tatsächlich wieder ein bisschen was. Ja, es reizt mich auch, dass ich sehe, was wir hier zustande bringen können, weißt du. So, meine Freunde der Nacht und des Tags. Wir essen. Jetzt ist das Inventar sauber. Das ist okay, Digga, weil du brauchst gleich Platz. Schaufel nicht vergessen. Schaufel nicht vergessen. La, 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 la. Hier nehmen wir den Stein. Wir machen jetzt Sand. Wir machen Sand weg. Das heißt, ich kann jetzt hier auch ganz gediegen. Ich mache mir Steinschaufeln. Dann hebt das Eisen länger, weißt du. Wer weiß, wann wir loskommen. Hier, mach mal eine. Eine brauchst du auf jeden Fall. Zwei, drei, vier. Ich mache mal fünf Stück. Die jage ich kurz durch. Dann haben wir auf jeden Fall genug Sand schon mal, um Glas zu machen. Pass mal auf, was kann denn jetzt alles da bleiben, bis ich wieder weitermache? Eigentlich alles, dann habe ich mehr Platz. Obwohl, Gruschtel hat ja ihre Tasche dabei. Gruschtel hat ja ihre Tasche dabei. Komm schon, machen wir so rum heute. Soll die Gruschtel uns an Sand tragen. Vielleicht laufen wir zusammen rüber, wenn ich mit Gruschtel vollgeladen bin oder so. Müssen wir mal gucken, wie wir morgen einsteigen. Schade um den Bambus, aber jetzt sieht das Ganze so ein bisschen nach Atlantic City. Irgendwie erinnert es mich an so ein Walmart beim Atlantic City. Weißt du, der Eingang von so einem Walmart. Hier so ein bisschen auf Palmen gemacht. Billige Klamotten halt dann. Geile Geschichte. Juhu, aber das könnte unter Umständen... Ja, irgendwas hat er ja. Ich liebe den Bambus schon. Ich mag das, dass der unten so blattlos ist. Aber nicht das, was wir hier brauchen an der Ecke. So Leute, natürlich haben wir jetzt heute viel gemacht. Man sieht nur nicht viel davon. Aber der Anfang ist da. Ich möchte einfach hier diesen Rand einmal komplett rumziehen. So vier Block hoch oder fünf, vielleicht fünf Block hoch. Dann können wir da schon mal anfangen mit den Säulen ein bisschen rumzuprobieren. Wie sieht das aus? Wenn wir sie größer, kleiner machen, dicker, dünner. Dann können wir auf jeden Fall schon mal sehen, welchen Rand die verschiedenen geschüsselten Gläser uns zeigen. Wann gibt es einen Rand? Gibt es eine Randfläche überhaupt? Welches Glas nehmen wir? Wo bringen wir den Milchglas-Effekt rein? Gerade so Streifen. Weißt du, so dezente Milchglas-Streifen. Damit es nachher wundertöhn aussieht. So. Das soll es gewesen sein. Wir gehen rüberholen. Gruschtel. Ja, ihr seid da. Ihr bleibt auch da. Macht euch mal keinen Kopf. Macht euch mal keinen Kopf. Ihr werdet höchstens eingefärbt, dass ihr dazu passt. So, Leute. Gruschtel die Muschtel. War noch irgendwas? War noch irgendwas? Ne. Matzbsorgen. Matzbsorgen ist jetzt das Wichtigste. Und damit wir wirklich nicht 30 Minuten am Stück Sand abbuddeln, gehe ich schon mal vorschaffen. Und dann steigt ihr morgen in der Folge einfach mit mir ein. Dann laufen wir wieder zusammen rüber. Und dann ist das ganze Thema erledigt. Dann lassen wir das schön durchjagen. Unten, während wir basteln. Und dann schauen wir mal. Auf die Botanikreise freue ich mich übrigens heute schon. Wir gehen dann, ja, ich glaube, nordöstlich raus. Da war doch diese Elektrizitätsgeschichte da, diese Location. Vielleicht finden wir die wieder, markieren sie im Atlas. Und dann laufen wir da so ein bisschen rum. Schwupp. Gruschtel. Gruschtel. Kleine, süße Gruschtel. Da bist du ja, mein kleines Fräulein. So. Alles klar, Leute. Dann sehen wir uns morgen wieder. Haben wir heute ein bisschen eine kürzere Folge als gestern und die letzte Zeit. Ist aber nicht so tragisch. Ach, das Schwein versteckt sich schon wieder da. Ja, aber dann könnte ich doch den Beppo auch hier reinsetzen. Zu diesem Schwein, dann hat er eine Frau. Weißt du? Zum Beispiel. Leute, wir sehen uns morgen wieder. Ich freue mich tierisch auf euch. Bis dann, ja.